Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA 20 und ich habe heute die Weekend League Belohnung für euch und zwar die Gold 2 Weekend League Belohnung für euch. Gucken wir mal was wir kriegen. Ein seltener Goldpack, zwei seltener Megapacks, 45.000 Münzen und 2000 Champions League Qualifikationspunkte und natürlich zwei Spielerobjekte. Es kann nur Schmutz kommen. Es könnte theoretisch Ronaldo, Kane oder, ich habe den dritten vergessen, da war noch einer. Hazard, aber von denen kommt keiner. Von daher, ich gehe das ganz lockerflockig an. Partey ist okay, ist jetzt auch nicht super, aber ist okay. Partey. Numero Uno, Numero Dos, ich mache die Augen zu. Jetzt stehen sie da, glaube ich. Okay, ey, WD der Beste hier. Schade, würde ich sagen. Schade. Schon mal kein guter Pick dabei, muss man einfach sagen. Gucken wir mal in die Shop-Sachen rein, in die Packs. Ein seltener Goldpack, zwei seltener Megapacks. Das Goldpack zuerst, würde ich sagen. Ich habe immer noch meinen Hoodie an von dem vorigen Video, der ist grün, deswegen die Webcam ein bisschen kacke. Ich meine, das war in Form. Ne, es ist nicht mal in Form, es ist einfach Hernandez. Habe ich den nicht? Ich überlege gerade. Ja, Hernandez habe ich. McKennie ist noch mit drin. Dortmund Heimtrikot, mega gut. Behalte ich einfach nur. England, Türkei, ciao. Ciao. Wow, was ist der Wert, Hernandez? Oh, 8,5 bringt er wohl. Bieten wir mal für 8 an. Dann passt das Ganze, würde ich sagen. Machen wir auf jeden Fall ein okayes Geschäft. Kein super Geschäft, aber ein okayes Geschäft. Ansonsten jetzt nichts trennen, wo ich denke, kann man machen. Aber naja, gucken wir mal in die seltenen Megapacks. Ich mach mal, okay, jetzt linke. Ich mach die Augen zu, ich will nicht wissen, was kommt. Oh, irgendein Dings. Aber wenig Musik. Ja, wenig Musik. Ruffier ist es. Ruffier. 96er noch mit drin, okay. Und das hier auf jeden Fall schon mal abstoßen. Ruffier wird seine 2 oder so bringen vielleicht, wenn ich Glück habe. Der könnte vielleicht ein bisschen was bringen. Ansonsten wieder nur Schmutz, Schmutz, Schmutz. Marta noch. Bringt auch noch ein bisschen was. Der bringt auch, glaube ich, ein bisschen was. Ach, warte, da muss ich nochmal kurz drauf gucken. Okay, RB Salzburg und Dings. Kommen weg. Passt soweit. Gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass was kommt. Ich glaube nicht, dass was kommt. Stadionspieler immerhin. Ah, ist, glaube ich, maximal in Form mit Glück. Und nicht mal das habe ich. Nicht mal das habe ich, Freunde. Es ist fucking Martinez. Oh Gott, ey. Der ist auch nichts wert, ey. Weg damit. Carzola. Auch nichts wert. Ja, die kann man eigentlich abstoßen hier. Muss noch gucken, dass keiner dabei ist von den Mannschaften, wo ich was brauche. Aber ist gerade nicht. West Ham United. Trikot weg. Das weg. Prom's vielleicht. Guter Sub an sich, aber bringt auch nicht viel Cash. Der vielleicht. Ne, auch nicht. Ja, der sowieso nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ja, Freunde. Ich würde sagen, Packs waren kompletter Schmutz. Was gibt es für Promopacks? Mal kurz reingucken. Das mache ich nicht auf. Das auch nicht. Passt soweit. Ich werde heute Abend noch streamen. Ich weiß noch nicht, wann genau. Essen ist jetzt gleich fertig. In genau für mich 14 Minuten und 7 Sekunden. Ja, danach irgendwann. Ich weiß noch nicht, wann. Ich weiß noch nicht, wann das Video online geht. Guckt dann aber gerne vorbei. Sollte spätestens 20 Uhr live sein. Von daher sehen wir uns gleich auf Twitch. Ansonsten erstmal noch einen wunderschönen guten Abend. Bis dahin. Hau da rein. Ciao. Kakao. Mit V. Hau da rein.